Musik Und was für Jena ganz typisch ist, es gibt ein berühmtes Bild, das hängt in der alten Universität, da sieht man diese Bürgerschaft hier sitzen und hier vorne ist so eine wichtigste Stadt und Bismarck steht in den Magen und wenn man sich die Bürger anguckt, die hier sitzen, hier ist ein leerstehendes Kloster, dort könnt ihr eine neue Universität gründen, wir brauchen protestantische Lehrer, Angestellte, Beamte und so weiter. Er flog auf seine eigene Mutter ein. Bei dieser schlimmen Tat verfinsterte sich der Himmel. Der Tag wurde auf einmal zur Nacht. Bei sehr liberalen Flussen in Weimar, Karl August, auch viele gute Ideen für die Stadt und für die Solidarität, natürlich. Bericht auf einmal bei der Figur, die Stadtteidensein des Herkreatischen Bist differential für die Aufmerksamkeit und ihre Lieblingshafen. Hier wirklich kann man Klosteren, die Kinder und die letzte Kirche haben. Und dann kommt man Kürnchen und das Untertitel. Und dann kommt man Kürnchen. Die Stadt ist sehr wichtig. Das ist der Papa. Das ist der Papa. Das ist der Papa.